Moin moin und willkommen zurück bei Sarah Mahl. Ich bin Sarah, das ist Basti. Hi. Und ja, ihr habt euch mal wieder gewünscht ein bisschen Konflikt. Einer hat ganz lustig gesagt, mehr Konfliktserie. Und ich dachte so, okay. 5-5-5, Scheidungsanwalt. Genau. Ja, und dann haben wir uns doch überlegt, was kann man noch für lustige Themen machen. Wir sind uns ja sehr einig bei Brettspielen. Sagt sie jetzt, vor laufender Kamera. Noch sind wir uns einig, bis gleich. Wir hatten ja in der Serie so die 5 Spiele, die ich an mir hasse. Und das sind jetzt mehr oder weniger die 5 Spiele, die ich an dir hasse. Weil es dann immer so Spiele gibt, die wir halt auch mögen. Aber wo man dann sagt so, oh Gott, der Basti, die Sarah, die macht genau wieder das. Und ich werde das so hassen. Und da habe ich jeweils 5 Spiele rausgesucht. Das heißt, ich 5, Basti 5, zusammen sind es dann 10. Das war nicht so einfach für mich. Weil eigentlich spiele ich jedes Spiel gern mit Sarah. Ja, ja, ja. Basti hatte ganz schön Angst irgendwie. Die ganze, ich weiß nicht. Ja, und ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich einfach mal anfangen. Fang an. Fang an. Und zwar, dann seht ihr auch gleich schon ein bisschen, worum es geht. Den Titel weiß Basti auch schon. Weil ich habe ihn eben vor dem Regal gesucht. Und machte so, das haben wir verliehen. Ich wusste, was es ist. Das war mir schon gleich ganz klar. Genau. Und es handelt sich hierbei, also ich kann es da ja nicht zeigen. Ich blende es dann ein. Um Flashpoint. Fire Rescue. Genau, Fire Rescue. Ist ein ganz altes Kickstarter-Spiel inzwischen halt im Mainstream komplett angekommen. Und ich mag das Spiel eigentlich, obwohl es Korob ist. Aber es gibt eine Rolle in dem Spiel, die ich finde, die macht das Spiel kaputt. Das ist die beste Rolle. Und anstatt halt zu sagen, man spielt das nicht. Basti war so, gib mir den Feuer-Engine-Guy. Ich will den Feuer-Engine-Guy. Man kann halt in dem Spiel in einem Feuerwehrauto um das brennende Haus rumfahren. Voll sicher. Da kann nichts passieren. Und man schießt halt dieses Löschwasser in das Haus rein. Und rettet damit die ganzen anderen Leute, weil man unglaublich viele Aktionen spart. Und es macht total Spaß, weil man ist halt sicher, man kann rumcruisen und man kann Feuer löschen. Beste Rolle. Ja, ich finde halt, also in Flashpoint geht ihr halt rein, habt so Aktionspunkt. Das heißt, ihr löscht Feuer, ihr rettet Leute, ihr guckt, wo die Alarme sind, ob das Leute sind oder nicht. Und ihr tragt die raus. Das ist das eigentliche Spiel. Und dann spielt der Fire-Engine-Guy ein komplett anderes Spiel. Der spielt so ein bisschen Tower-Defense außenrum und schießt immer noch rein. Und das Problem bei dem ist halt immer, der würfelt, wo er trifft. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Das heißt, irgendwie, man plant mit seinen drei, vier anderen Spielern so, ja, dann versuche ich das. Und dann kann vielleicht das passieren. Aber ich kann auf jeden Fall das löschen und dann dies und das. Und dann ist der Basti dran. Ja, Basti, was machst du? Ich mache Feuer aus. Jawohl, denn ich würfel da, weiß nicht, ob es trifft. Und das ist halt so dieses, also, das ist Las Vegas-Casino-Spiel. Also, es kann sehr mächtig sein, dann ist das Spiel aber sehr schwach dagegen. Dann wird es manchmal sehr leicht. Oder es kann einfach sein, dass halt gar nicht getroffen wird, obwohl der halt auch noch eine Re-Wall hat in gewisser Weise. Aber mich regt das halt immer auf, weil es ist halt derjenige, der spielt ein anderes Spiel, mit dem kann man nicht rechnen. Da kann man nicht sagen, was wird aus sein, was wird nicht aus sein. Der hilft nicht, die Leute zu evakuieren. Der hilft nicht, Alarme auszudecken. Das Beste ist, wenn das Haus zusammenbricht und alle sterben, der Feuerwehrmann im Auto fährt dann einfach nach Hause und hat halt die Anahmeldpichte. Wie gesagt, normalerweise war es überhaupt gar kein Problem, da im Spiel einfach zu sagen, wir lassen den raus, weil man kann den auch anfunken. Ich finde das auch relativ cool, dass man den von innen anfunken kann und den halt praktisch so dummy-mäßig steuern kann. Damit bin ich völlig einverstanden. Das ist dann auch recht teuer. Ja, aber Basti die ganze Zeit das Haus, um das Haus fahren zu sehen, ich fahre hier. Ich helfe, ich helfe. Ja, genau, ich helfe. Und daneben, oh, das Haus explodiert, oh, ihr seid tot. Haha, das ist nicht Spaß gemacht. Ich habe überlebt. Deswegen, Flashpoint mit Basti ist immer ein bisschen problematisch, dass ich dann schon gleich diesen Charakter rausnehme und einfach sage, den spielst du nicht. Ich finde es gut. Ja, dann darfst du gleich weiter machen. Lass mich dich erwürgen. Beschäftige die Zuschauer. Aber ich muss ganz kurz umbauen hier unten. Ich darf da nicht hingucken. Ich weiß auch noch gar nicht. Also eine Sache könnte ich mir vorstellen, die habe ich nicht Basti vorgeschlagen, als ich ein bisschen Probleme hatte mit der Auswahl von den Spielen. Also bei mir ist es nicht immer ein bestimmtes Spiel in meiner Liste, die ich jetzt habe, sondern teilweise auch so eine Sammlung von Spielen. Und ich werde einfach mal ein paar Spiele aufbauen. Und dann weiß Sarah vielleicht auch schon, worum es geht. Ach, dass ich Tiny Epic Dungeon, äh, Tiny Epic einfach hasse. Was ich schrecklich finde. Das ist gut und das ist gut. Nächste habe ich zwei gefunden. Die Rest wollte ich gar nicht benutzen. Die haben relativ viele Tiny Epics, weil ich kaufe die, weil die sind eigentlich nicht so teuer. Die werden auch gut produziert. Und eigentlich machen die auch Spaß. Okay, ich gebe zu, man spielt sie nicht oft. Das liegt aber auch daran, dass Sarah von Grund auf immer schon mit einem negativen Feeling reingeht in solche Spiele, weil sie halt immer sagt, es ist ja Tiny Epic. Das könnte doch auch einfach ein normales Spiel sein und nicht Tiny. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich meine, mittlerweile bekaufen wir schon nicht mehr alle und wir haben auch schon wieder welche verkauft. Aber an manchen halte ich einfach fest. Max. Kein gutes Spiel, aber Max. Und, ähm, es ist halt immer schon schwierig, wenn man halt ein Spiel weckt und schon von Grund auf weiß, ha, da geht Sarah schon mit einem negativen Feeling rein. Ich spiele ja immer alle mit. Ich probiere ja auch gerne aus. Ich meine, ich habe mich auch auf Tiny Epic Dungeons dann gefreut. Und, ähm, ich durfte es dann nicht zu Ende spielen, weil Basti dann schon sauer war, weil ich gesagt habe, so, ja, gut, ich mache jetzt halt das. Da kamen ja zwei Sachen rein, die Sarah nicht mag. Einmal Tiny Epics und Dungeon Crawler. Das war ja schon die Vermischung von zwei Dingen, wo Sarah gar nicht mit kann. Und, wie gesagt, das ist halt mein Platz eins. Tiny Epics, ich werde auch zusehen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr so viele bäcke. Wer weiß, was auch noch alles erscheint davon. Manche sind auch wirklich gut. Wie gesagt, die beiden findet Sarah halt wirklich gut. Die beiden findet Sarah halt wirklich schrecklich. Und wir haben noch ein paar da drüben bei uns im Spielezimmer. Aber, nuja, wie gesagt, von Grund auf immer schon so eine negative Einstellung, dann ist es immer schon schwierig, das Spiel halt an die Frau zu bringen. An die Frau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde halt immer, man kann halt viele Spiele einfach, die besser sind oder die das Gleiche machen, in besser kaufen, die sind dann halt nicht Tiny. Aber wir haben ja irgendwie den Regalplatz trotzdem. Also, wenn du jetzt irgendwie in Japan wohnst und irgendwie fünf Quadratmeter hast, dann verstehe ich, dass du Tiny Epic Spiele kaufst. Oder wenn du sonst wie durch die Welt reist. Aber so finde ich halt, dann könnte... Aber die passen doch in eine Hosentasche. Ja, genau. Das will ich mal sehen, wie das in deine Hosentasche kommt. So eine Baggy-Hose vielleicht. Steh jetzt auf und pack das in deine Hosentasche. Nein, mach ich nicht. Ja, da seht ihr das schon wieder. Aber, äh, ja. Also, Tiny Epics, schon schlechter Start. Tiny Epics haben keine Chance. Also, wie gesagt, das ist deine Hosentasche. Ich spiele das ja auch gerne mit. Ich probiere das ja auch aus. Ich könnte ja auch sagen, nein, ich spiele das gar nicht mit. Mal gucken, was ich hier habe. Das passt vielleicht dann gleich ganz gut ins Dings rein. Ne, wir machen erst mal was anderem weiter. Das Spiel haben wir nicht mehr. Muss ich da einbinden? Nein, musst du nicht. Ich zeige gleich was dazu. Es hat nicht nur ich gehasst an Basti. Es hat jeder andere gehasst. Und zwar speziell mit Basti. Also, es war halt wirklich schon so... Da war wirklich nicht so liebenswürdig. ...dass dann die Leute gesagt haben, nein, wir wollen ja nicht mehr spielen. Nicht mit Basti. Und es handelt sich um eine erste Edition, die jetzt ersetzt wurde von der zweiten Edition. Ja, alles klar. Ich weiß, wer ihr spielt. Und es ist... Ich muss mir das Wort dazu holen. Ich mach schon mal so. Ja. Es ist... Mansions of Madness. Und zwar in der ersten Edition. Das ist jetzt die zweite Edition. Wer die erste Edition nicht kennt, hier wird das von der App gesteuert. In der ersten Edition gab es einen Dungeon Master und es gab Ermittler. Und weil Basti das Spiel mit gehabt hat damals, hat er das mit in die Ehe gebracht sozusagen, hat er immer oder wollte auch immer nur den Dungeon Master spielen. Weil es auch unfassbar aufbauintensiv war. Man musste das halt sehr, sehr exakt aufbauen. Und das war immer ganz praktisch. Wenn ich wusste, die Leute kommen zu mir, dann konnte ich das Spiel schon fertig aufbauen, weil das ewig gedauert hat. Und dann habe ich halt auch immer gleich den Dungeon Master übernommen. Und das Ding war halt so, ich habe das dann extra mal BGG mal nachgelesen, es stand halt drin, man soll das halt eher so als Roleplay Master spielen. Also halt als ein Erlebnis, anstatt konfrontativ. Weil Mansions of Madness 1 war unfair gegenüber den Spielern, wenn der Dungeon Master richtig gespielt hat. Das heißt, wir haben in diesem Spiel, wir haben das oft gespielt, wir haben nie einfach nur ansatzweise Licht gesehen. Also einmal habe ich noch überlebt. Ich war wohl, ich hätte aber trotzdem nur drei oder vier Räume laufen müssen, also keine Chance. Und da dachte ich mir auch so, anstatt dass dann der Basti mal so sagt, so, ja, die Leute haben gerade Spaß. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen schlechter, mal einen Gang runterschalten. Lass ich sie mal gewinnen? Nein. Nein. Ja, okay, ich verstehe schon. Es war auch, also die Second Edition ist auf jeden Fall viel, 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 viel besser als der erste Teil. Ist schneller aufgebaut, schneller abgebaut. Einfach ein richtig klasse Spiel. Leider wird es anscheinend nicht mehr weiter supported. Aber ja, ich bin auch nicht traurig, dass wir den ersten los sind und jetzt den haben. Jetzt stirbt, stirbt Basti wenigstens mit uns. Und hier haben wir es dann auch schon mal geschafft. Und ich habe das dann immer auch versucht, ihm das so beizubringen. Am Anfang so von mir so, ja, bei BGG stand, man soll das halt als Erlebnis spielen. Nein. Und wie beim Rollenspiel, dass man das nicht gegenspielt. Keine Chance, keine Chance. Und es war halt auch wirklich immer schon so, wenn da vorher abgesprochen wurde, so, ja, aber Manches of Madness spielen. Der ganze Tisch so, eigentlich nicht. Nicht mit dir. Und, ja, deswegen. Ich spiele auch nicht böse, die ersten zwei Runden. Ja, als ob nicht gleich irgendwie und das und dies und jenes. Ich fütter euch erst mit Hoffnung an und dann zerquetsche ich euch. Ja, also es war auch taktisch total unklug, dass uns niemand hat gewinnen lassen, dass wir das weiterspielen. Er hat uns halt nie auch nur ansatzweise Licht sehen lassen. Wir haben ja jetzt das Bessere. Deswegen, ja, das konnte man Gott sei Dank umswitchen. Das heißt, er sieht jetzt unser Leid auch mit bei Manches of Madness, wenn dann mal wieder gestorben wird und er dann mitsterben darf. Das einzige Spiel, was wir jetzt haben, wo man noch einen bösen Dungeon Master spielen kann, ist Level 7 Omega Protokoll. Das haben wir in einem anderen Video mal vorgestellt. Da ist man halt auch der besondere Master, aber da ist es ausgeglichen. Ja, das stimmt. Da hat man wenigstens ein bisschen was gefühlt. bei Billen des Wahnsinns erste Edition nicht ausgeglichen. Überhaupt gar nicht. Also direkt ins Messer und dann auch noch fünfmal nachtreten und dreimal den Rücken stechen. Wie er sich immer noch freut darüber. Nach Jahren. Es kommt ja gerade an uns wieder. Nach Jahren das Glück von dem Hass der Witzspieler. Kein Wunder, dass ich bei Monster Apocalypse so gerne die Cthulhu-Fraktion spiele. So, mein nächstes ist auch wieder so ein bisschen was, wo man das auf mehrere Spiele ausweiten kann. Aber bei dem Spiel ist es mir immer besonders aufgefallen und zwar Bitoku. Ja, Bitoku. Sarah ist eine sehr gute Brettspielerin. Sarah ist eine sehr effiziente Brettspielerin. Und Sarah rast auf Siegpunktleisten nach vorne wie ein Blitz. Und man hechtet dann das gesamte Spiel nur hinterher und hofft immer noch in der letzten Runde an ihr vorbeizuziehen. Was schwierig ist, weil sie halt einfach gut ist. Ist auch nicht übertrieben. Ist das wirklich so? Und alle Spiele, die eine sichtbare Siegpunktleiste haben, spiele ich eigentlich nicht gern mit Sarah, weil man sich dann gar nicht auf das Spiel konzentrieren kann oder mal so ein bisschen experimentieren kann. weil man muss immer Vollgas geben, um hinter Effizienz Sarah hinterher zu kommen, weil die halt schon die Hälfte vorne ist auf der Siegpunktleiste. Gar nicht. Und das ist wirklich so. Deswegen mag ich eigentlich lieber Spiele so wie Anachrony, die auch so ein bisschen verdeckte Siegpunkte haben, wo nicht jeder sofort weiß, wer gewinnt. Wo du dann zum Schluss feststellst. Wenn ich zum Schluss feststelle, dass du 200 Punkte mehr hast als ich, dann ist es nicht so schlimm, als wenn ich das gesamte Spiel, die gesamten zweieinhalb Stunden hinter dir herhechle, weil ich kaum den Anschluss halten kann und gar nicht mal irgendwie mir einen Fehler erlauben kann, weil du zu effektiv spielst. Bitoku ist ein super Spiel. Und ich habe neulich auch mal gewonnen. Das war total super. Deswegen habe ich das auch gesagt. Ich spiele es nie wieder und setze mich als Bitoku-Meister zur Ruhe. Obwohl bei vielen von den Siegpunktspielen gibt es ja zum Schluss noch Punkte, die gewählt werden. Bei Bitoku zum Beispiel auch. Da hat mich zum Beispiel Basti beim letzten Mal überholt, weil einfach so ein riesiges Siegpunktboard sich gebaut hat. Aber es ist halt schon super stressig, wenn man halt immer hinter Sarah hinterherhächelt bei den offenen Siegpunkten. Deswegen, wenn man mit mir was spielen will mit Sarah, am besten verdeckte Siegpunkte oder halt gleich koopt. Ja, aber das Problem bei verdeckten Siegpunkten ist immer so, wenn dann keiner weiß, auf wen er einschlagen soll, dann macht Basti wieder die Kriegstrommel. Sarah ist bestimmt vorne. Alle auf Sarah. Es ist egal, wie man es macht. Es hat das letzte Mal auch geklappt bei Kame it und bei Tsuki Yumi down. Und dann hat er gewonnen, weil er alle auf mich aufgehetzt hat. Und da gab es keine Siegpunktleiste. Auf Sarah. Das war nicht so böse. Und Sarah so, ich habe nichts. Ich habe nichts. Schaut doch, ich habe einfach nichts. Dann hat er sie wirklich nichts mehr. Ja, toll. Also offene Siegpunktleisten sind mein Feind, vor allem wenn Sarah mitspielt. Mitokos trotzdem ein klasse Spiel. Ja, sehr schön. Ja, als nächstes haben wir ein Spiel, eine Spieleart, die Basti hasst. Oh ja. Deswegen haben wir davon nur ein Spiel dieser Art. Oh gut. Wir haben auch schon über so eine Art von Spielen gesprochen. Das Problem bei dem Spiel ist, dadurch, dass Basti das nicht mag und das manchmal auf den Tisch kommt und wenn er dann keinen Bock hat, dann spielt das kaputt. Ja. Und das ist... Ich habe keine Ahnung. Ach, krank ich. Ich habe doch voll Bock drauf. Lüge. Fake News. Da muss man ja so ein bisschen... Nur weil ich ein Genie bin, werde ich jetzt hier geflamed. Genie. Man muss ja ein bisschen durch Fragen und Antworten rausfinden, wo hier zum Beispiel das Monster ist und andere Spiele, die ich halt mag, sind Alchemist, was ich ja auch sehr mag, was hier nicht eingezogen ist. Was bescheiden ist. Und Planet X habe ich mir gar nicht weiter groß angeguckt, weil ich genau wusste, Basti mag das nicht. Also sowas Mastermind-mäßiges teilweise. Hier ist es so, da kann man halt immer Fragen stellen und man kann Thesen aufstellen. Thesen hat man nur begrenzt, Fragen hat man theoretisch unendlich. Also man sucht ein verdecktes Monster und es kann nur auf einem einzigen Platz der Karte sein. Und alle Spieler haben die Antworten, wo es ist, aber keiner kennt die Antworten dazu. Jeder kennt nur seine. Man fragt dann Basti, kann es hier sein? Und er guckt auf seinen Tipp und sagt dann ja oder nein. Was Basti macht, wenn er da keinen Bock drauf hat, ist, er stellt einfach nur Thesen auf. So von wegen, das Monster ist da, das ist dann halt, das kannst du nur bestimmte Zeit machen und dann ist das Spiel halt praktisch vorbei und dann redet er halt dagegen drum und spielt das Spiel halt irgendwie kaputt und beim Einmal hat das halt random einfach irgendwie geraten in Runde 3 und es war halt einfach für alle nur so mega frustig, weil er einfach nur ja, du hast da, da. Ich meine, du hast in der ersten Runde schon eine These aufgestellt. Ich wusste wirklich anhand von drei Spielern, wo es nicht sein kann und in diesem Spiel, das ist wirklich kein Scherz, ich habe nicht geraten, ich habe gewusst, dass es da ist und ich mag Cryptid. Das Einzige, was ich an Cryptid nicht mag, ist, dass jeder Spieler immer durcheinander kommt mit seinen Antworten weil manchmal ist es halt im Umkreis von dem oder in Reichweite von dem und da kommt man halt immer durcheinander und wenn ein Spieler nämlich seine Antwort falsch erklärt, ist das Spiel kaputt. Das ist das Einzige, was ich nicht an Cryptid mag. Ansonsten mag ich Cryptid. Das dauert ja auch gar nicht so lange. Das kann man bestimmt mathematisch ausrechnen, weil es war glaube ich irgendwie in Runde 3. Basti hat keine einzige Frage gestellt, nur Thesen aufgestellt und es waren glaube ich irgendwie bei vier Spielern fünf Fragen oder so beantwortet worden und er wusste dann schon, wo das Monster ist und da waren alle auch wirklich so das Genie. Ja genau. Es war halt auch wirklich im Voraus, als wir das vorgeschlagen haben, hattest du keinen Bock drauf und dann hast du das halt gemacht und hast es halt kaputt gespielt. Gar nicht. Und dabei ist es eigentlich so ein schönes Spiel, das ist das Einzige, was er sowieso toleriert, weil es schnell geht. Wir können das auch gerne am Wochenende spielen, wenn wir wieder Spielbesuch haben. Ich mag das Spiel. Aber gut, ich gewinne halt in Runde 3. Ja, immer. Immer gewinnt er in Runde 3. Das ist auch genauso gut auch schon nach hinten losgegangen, aber er redet nur von dem einen Spiel, nicht von den anderen Spielen, wo einfach ja, da, da, oh, ich habe keine Thesen mehr, oh, wie schade, ich bin raus. Fake News, ich mag Cryptid. Ja, manchmal. Das nächste Spiel von mir ist ein Spiel, wo, dass wir eigentlich nie zusammen spielen und zwar aus einem Grund, den ich gleich sagen werde. Wir haben das nämlich ein paar Mal gespielt und zwar sagt Sarah immer ein Sportspiel. Wie kann denn das in Runden gespielt werden? Warum ist denn das nicht gleichzeitig und alle Leute schmeißen einfach nur ihre Sachen auf? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Dreadball ist so eine Art Science-Fiction Blood Bowl. Was ist Blood Bowl? Blood Bowl ist halt ein Brett-Sportspiel und dasselbe ist halt eine Art Football. Dreadball, also Dreadball ist so eine Art Science-Fiction Basketball Eishockey und es wird halt in Runden gespielt. Ein Team spielt halt, bis es den Tor macht oder den Ball verliert und dann ist das andere dran. Immer abwechselnd und Sarah hat halt gleich im ersten Spiel, das wir zusammen gespielt haben und ich bin wirklich großer Dreadball-Fan, gesagt, hm, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum bewegt sich denn das eine Team? Beim Fußball bewegt sich ja auch nicht nur die eine Mannschaft und die andere Mannschaft bleibt stockstill stehen. Aber es ist halt ein Brennspiel. Man kennt es ja so, wenn da ein Fußballspiel ist, dann bleibt das eine Team stehen, wenn das andere an der Reihe ist und erst wenn die irgendwie den Pass versauen, dann sind sie an der Reihe. Ich verstehe halt nicht, warum nicht eine Figur und die andere Figur dran ist. Das ist doch für mich ein Sportspiel, dass ich halt Aktion, Reaktion habe und nicht einfach dann da stehe und mein Team macht so hm, 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 und Basti läuft dann da vorbei, dribbelt ein bisschen, macht ein bisschen hier, überlegt dann, wie weit rechnet sich das dann noch aus und mein Team so hm, hm, hm. Ja, aber dein Team hat sich in der Frohne davor ja schon taktisch platziert, sodass es mir alles so schwer gemacht hat wie möglich. Das ist ja diese Taktik. Beim Schach spielt man ja auch immer hin und her. Ich meine, gut, auch abwechselnd. Ja, aber da spielt man ja nicht das ganze Team. Ja, okay, Schach war eine blöde Idee. Das ist ja mein Problem. Das schneiden wir raus. Ich schneide ja. Ich schneide das raus. Ihr seht das gar nicht. Ich habe das Rohvideo, ich kann es hochladen. Aber das kannst du nicht schneiden. Oder willst du nicht. Nein, das ist auf jeden Fall Sportspiele mit Sarah. Das ist immer ein großes Problem, weil er immer sofort kommt. Das ist unlogisch, dass sich immer nur das eine Team bewegt und dann das andere. Also Sportspiele, die halt so sind. Ich meine, wenn es ein Sportspiel gibt, wo es dann halt auch gibt, dass man halt seine eigene Figur auch haben kann, dass man halt aktiv stören kann. Und weil so ist es halt auch wirklich so, da hast du so einen Slowplayer, der überlegt dann erstmal, ja, wenn ich so weit weg stehe, dann so, vielleicht muss ich so viel würfeln, vielleicht geht der da doch noch ein bisschen. Ja, so ein Spieler kriegt da erstmal gleich einen Nackenschlag. Und das fühlt sich so richtig actionmäßig, so ein richtiges Basketballspiel. So bam, bam, bam. Also man merkt schon, da erscheinen sich die Geister. Ich finde es richtig cool. Super cooles Spiel. Miniaturen leider nicht so toll, aber ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Spieler in Deutschland. Ich weiß gar, ich kenne keinen, der das noch spielt. Aber ich finde es super. Und Sarah nicht. Und deswegen spielen wir es auch nicht. Nein. So, das nächste Spiel ist für mich so ein Mysterium an sich, weil wir uns ja eigentlich relativ gut verstehen. Wir haben auch relativ die gleichen Gedanken immer so doll, dass am Anfang von unserer Beziehung die Leute gesagt haben, es war immer so der Running Gag, ihr seid eigentlich ein Mensch, der so tut, er bei Zwera 2. Und das heißt, wir wissen auch immer unsere Gedanken und so ein bisschen oder wie Basti eben, der hat sich ein YouTube-Video angeguckt auf seinem Handy und hat die ganze Zeit so mit mir gesprochen, als würde ich es auch sehen. Und das war so von wegen so. Also wir sind eigentlich sonst immer einmeinend. Außer bei diesem Spiel. Da kann ich wetten, ich hole jemanden von der Straße und der versteht es besser als Basti. Und alle Leute sind immer schon durch und Basti steht da, ich weiß nicht, was sie meinen. Die macht schlechte Tipps. Ah, ich habe eine Idee, was es sein könnte. Ja, okay. Mysterium. Da spiele ich meistens den Geist. den Geisterspieler und der gibt halt so Tipps mit so Traumkarten und es ist überhaupt gar kein Problem. Jeder versteht mich außer Basti. Ich kriege halt immer nur die falschen Karten. Und dann ist Basti sauer auf mich, dass er mich nicht versteht und alle anderen schon so, hm, Sarah hat jetzt dreimal eine Karte mit einem Frosch gegeben und der, der hat doch da einen Frosch drauf. Es ist nicht der und Basti so, nein, es ist der Stern im Hintergrund, der da ganz leicht da ist blau drauf und da ist gelb drauf und wenn man das mischt, dann ist das grün und wenn sich das im Spiegelbild des Fensters spiegelt was der Gärtner. Also Basti ist wie der Bösewicht in dem Spiel. Es geht ja irgendwie auch auf Skurio mit dem geheimen Bösewicht. Das wäre wahrscheinlich immer ich. Ja, oder es wäre wer anders und der Bösewicht hätte es super leicht weil alle denken, es ist Basti und dass die Leute auch schon wirklich und dann verwirrt auch noch andere Leute, die meinen Tipp verstanden haben und dann redet er ihnen das so, ach so, nee, nee, das hat sie bestimmt nicht gemeint und ich sitze dann da und der Geist darf immer nicht reden und dann schon, hm, und er zieht neue Karten nach und versucht es mir irgendwie beizubringen. und ich verstehe es halt echt nicht weil wir halt wirklich sonst immer auf allen Menschen sind. Wir haben das mal zu Halloween gespielt und Sarah saß da mit so einer Maske auf und die ganze Zeit hast du halt immer nur gesagt, weil der Hasspegel stieg. Ja, und es ist halt wirklich schon so, die Leute sind teilweise schon durch gewesen und Basti steht noch beim ersten. Also man muss immer drei Tipps erraten um dann halt zum Endgame zu kommen. Das ist ja auch kooperativ, das heißt, alle spielen zusammen und Basti ist immer noch beim Täter und so von wegen so, wie viele Karten soll ich die denn noch geben, wo ein Frosch drauf ist, weißt du? Na, Frösche. Du ziehst so eine Karte und denkst so, perfekt, das kann er jetzt wirklich, also jeder Idiot wird das verstehen, was ich damit meine. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das bleibt überhaupt nichts in meinen Karten. Ich weiß nicht, da sind unsere Weihers irgendwie groß. Ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich irgendwas, was wir nicht können. Da können wir uns wirklich immer gegenseitig erwünnen, und ich verstehe es halt wirklich nicht, weil wir sonst immer auch, wenn wir irgendwas, wir wissen immer genau, was der andere denkt, aber bei dem Spiel ist es irgendwie kaputt, aber lieber bei dem Spiel als sonst im Leben, von daher, aber es ist, wie gesagt, mir ist es ein Mysterium, wie das funktioniert. Heißt ja auch Mysterium. Deswegen. Boah, voll der Pan. Ja, habe ich schon am Anfang gemacht, es ist mir ein Mysterium, hast du nicht gecheckt. Nee, habe ich nicht gecheckt, wie mit dem Frosch, das habe ich auch nicht gecheckt. So, mein nächstes Spiel. Eklips, 4X-Spiel, Science-Fiction-Spiel, ich habe ihn ausgelöscht, mit ganz vielen verschiedenen Raumschiffen, und Sarah spielt nur eins. Für Sarah gibt es nur die Dreadnoughts, das ist das größte Schiff im Spiel. Sarah hat immer denselben Spielstil in diesem Spiel. Sie baut in ihrer Homezone nur Dreadnoughts. Das sind die größten Schiffe, auf die das meiste Zeug drauf kann. Und das macht sie so, und das baut sie so, und sie macht sonst nicht viel. Und dann irgendwann, entweder wenn sie gepiekt wird, oder wenn sie gerade denkt, oh, jetzt könnte ich mal, schiebt sie diese Machtmasse an Dreadnoughts in die Spielfeldmitte, macht alles kaputt. Falls man sie dann angegriffen hat, macht sie eigentlich gleich noch mit kaputt. Und das war's. Man wird Sarah niemals sehen, wie sie mit anderen Schiffen mal Exploration macht, oder irgendetwas anderes macht. Sarah sitzt in ihrer Homebase, baut Dreadnoughts, schickt die los, Eclipse, jedes Mal. Ist doch voll lustig, wenn dann diese Wave of Dreadnoughts einfach nur mal die Leute rüberrollt, und sie ist dann wieder völlig entsetzt, und alleine schon dieses Drohnen, so von wegen so, oh, da ist ein gutes Gebiet bei Sarah. Oh Gott, aber wenn ich die angreife, dann kommt sie gleich wieder, und das ist schon wirklich so ein, so, 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 Das ist schon ein Meme bei uns. Running Story, so von wegen so, oh Gott, dann werde ich überrollt. Wenn Sarah bei Eclipse einmal angegriffen wird, dann ist, dann bist du tot. Dann bist du tot. Dann kommt halt die Racheflotte, und die löscht dich aus. Und davor macht die nichts, die liegen halt dann irgendwie in den Trocken-Dogs, oder schweben so ein bisschen im Weltraum rum, mit so riesigen großen Kanonen dran, und in dem Moment, wo Sarah sagt, jetzt könnte ich die Mitte einnehmen, oder jetzt hat mich einer geärgert, da schlägt sie los, und es ist immer das Elf. Ich warte auch immer nur drauf, bis mich einer ärgert hat, und alle haben auch schon Angst. Dann nähere ich mich an eurer Angst. Und die anderen, die bauen sich dann irgendwie so coole Raumschiffe mit Schilden, oder mit irgendwelchen, so, Hangars für kleine Jäger, und so machen irgendwie voll die coolen Sachen. Und Sarah, nein, Dreadnought, Waffen, Schilde, bum 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 bum. Ihr könnt euch vorstellen, bei mir ist die Alienrasse immer so, die Ingenieure dann so, entwickelt die größte Waffe, die wir da rantackern können. Nicht irgendwie sonst was, Explosion, nein, die größte Waffe. Einfach nur die größte Waffe. Deine, wenn du so ein Autofabrikant wärst, würdest du auch nur Busse bauen. Bescheidlich. Natürlich gibt es keine Motorräder, oder Kleinwagen, nur Busse, mit Waffen. Ja, voll gut. Ich finde es lustig. Ich habe Basti ausgelöscht. Ja, die hat schon jeden ausgelöscht. Also, wie gesagt, wenn ihr mal mit Sarah Eclipse spielen solltet, auf irgendeinem Konto oder so, in dem Moment, wo sie anfängt, Dreadnoughts zu bauen, steht auf, verabschiedet euch, geht woanders hin, spielen, Sarah hat gewonnen. Ihr müsst euch einfach nur nicht, ihr müsst mich einfach nur nicht pieksen. Ihr müsst euch einfach ergeben. Ihr müsst mich aber nicht pieksen, ihr könnt euch auch mit mir verbünden. Ich teile auch immer mal Gesichtpunkte mit mir. Also, wenn ihr Angst vor mir habt, dann könnt ihr auch einfach mir ein Bündnis anbieten. Ihr müsst nur richtig dafür zahlen. Und dann dürft ihr bei mir in meine Union kommen und wir Unionen dann die anderen sind. Also, wenn Sarah ein Raumschiff wäre, wäre sie ein Todesstern. Gar nicht wahr. Ich bin die Föderation, ein bisschen durchsetzungsfähiger. Ja. Und seid ihr nicht willig, so brauchen wir Dreadnought. Genau. Also, auf jeden Fall Eclipse mit Sarah. So ein bisschen wie nach Schema F. Anfang, Dreadnought, gewinnen. Auf das Dreadnought passen halt die meisten Sachen. Ich weiß. Ich krieg's jedes Mal mit. So, mein letztes Spiel ist, ähm, ja, ein Spiel, wo es vielleicht auch ein bisschen an mir liegt, aber auch an Basti. Ähm, das Spiel hab ich, das Spiel hab ich, Basti schon mit der Spiel, mit meiner alten Spielegruppe viel gespielt. Und, dann, äh, hattest du das auch. Und dann dachte ich, ja, cool, können wir auch mal spielen. Und es ist einfach eine Katastrophe. Als ich das das erste Mal mit ihm gespielt habe, hab ich gedacht, was ist das für ein Monster, was da sitzt. Und, die Rede ist, von deinem älteren Spiel, ich bin gespannt. Oh. Es ist Space Alert. Ein Echtzeitspiel, wo man halt vorher unter Time Pressure seine, äh, äh, planen muss. Und dann sieht man hinterher eine Auswertung, ob man überlebt hat. Das heißt, man muss halt wirklich sagen, ich bin jetzt in Phase 2, was machst du? Und man muss seine Figuren bewegen. Man muss natürlich auch machen, so, ich geh jetzt rüber, da muss man das machen. Oder, ich mach jetzt Energie, da muss man das hinlegen. Was war, ja, ich mach das. Du hast dich doch nicht bewegt. Ja, das weiß ich noch. Ja, hast du denn überhaupt Energie? Ja, bestimmt. Willst du das nicht rüberziehen? Nee, das liegt dann noch so. Und das ist halt, als ob er ein Saboteur wäre. Wir hatten mal ein Spiel, das ein Spiel dann die ganze Zeit nur lift rauf, lift runter, lift rauf, lift rauf. Und er findet es total lustig. Und ich habe das halt wirklich schon in Kampagne gespielt, dass du halt wirklich diese Kommunikation haben musst, dass du dich darum kümmern musst, dass du mit deiner Figur hin und her gehst und war so, ach ja, ich merk mir das alles, ich weiß das noch. Und ich glaube, das ist das Problem. Das ist mein Spiel, mit dem ich ins große Brettspielhobby eingestiegen bin damals. Und ich habe das halt aus Spaß gespielt mit meinen Freunden, mit einem Bierchen und Brezeln. Und das auch aus Spaß gespielt. Aber die haben das wirklich schon wie Arbeit gespielt. Die waren wirklich schon, die hatten so einen Rollenspielbogen, ich meine, die gab es ja in der Erweiterung, die hatten so einen Bogen mit ihren Charakteren drauf, die waren retropulat ausgeskillt. Die haben das gespielt wie so eine Religion. Und ich kam dann dazu mit meinem Spiel immer lustige Spiel Attitüde. Und dann kam halt hart arbeiten gegen Spaß haben. Und das ist dann leider kollidiert. Ihr könnt euch vorstellen, er war Wesley Quascher. Ja, la 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 la. Hallo, ich bin hier auf der Brücke. Und es ist halt wirklich, man knirpft, den drücken und Lift fahren. Und so kann man halt das Spiel auch nicht gewinnen. Und das ist halt wirklich, also, dass er halt, dass er schon daran hapert, dass er seine Figur bewegt, wenn er was programmiert und einfach sagt, ich programmiere das und bewege die Figur, damit man das ungefähr weiß. Nö, ach, ich merke mir das. Doch, das merken wir uns. Aber ich weiß das. Es ist wieder gekriptet. Und dann geht's los. Und dann ist mal Basti und Basti ich lauf gegen die Wand. Ich lauf gegen die Wand. Hahaha. So, das ganze Schiff so zerstört schon im Hintergrund. Ach, da ist ja gar keine Energie. Und ihr seht so. Basti, hast du den Reaktor nachgeladen? Schießen. 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 Und ihr seht nur so im Hintergrund, wie die Leichen schon durch den Gegend fliegen. Und Basti so. Ach, das ist ja spaßig. Ich gucke aus dem Bullauge und ihr schwebt draußen schon vorbei. Ach, guck mal. Da ist sie. Die tote Sache. Oh, voll lustig. Also das war wirklich so der Moment, wo ich dachte so, es ist ein Monster. Wie sagt ein Monster? Es ist ein Monster. Das kannst du vielleicht bei Mansion of Madness denken, aber da war ich wahrscheinlich eher verplant. Und dabei auch noch Spaß haben. Spaß beim Verlieren. Spaß beim Brettspielen. Nein! Damit fangen wir gar nicht erst an. Aber Spaß haben, als würde es in so gezücktes Messer laufen. Immer und immer wieder. Rote Suppe. Hau, voll lustig. Na, Schwerelosigkeit. Es ist überall. Das ist Space Alert. Ich darf es leider nicht verkaufen. Nein, das ist ja wie gesagt mein Einstieg. Aber wir haben es neulich nochmal gespielt. Es war ganz okay, aber es ist halt wirklich auch heutzutage ist einfach dieser Erfahrungsgap noch zu hoch. Das klappt einfach nicht. Ja, wir haben das halt mit dollen Spielern gespielt und da dachte ich, es wird besser. Aber dann war es das Problem, dass du die verplaneten Leute hattest und Basti und ich saß dabei. Effizienz, Sarah und Spaß, Basti. Wie so ein Ausbilder-Captain. Die ganze Zeit so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wie bei Star Trek immer in so einer Simulation und dann explodiert es alles. Oh nein, oh nein, oh nein, we are doomed. Und von daher Space Alert. Gott sei Dank ist es ein schnelles Spiel. Im Weltraum hört jeder Sarah schreien aus Brust. Ja, wahrscheinlich nicht schreien, sondern so, oh nein, oh nein. Mein letztes Spiel ist, glaube ich, mein Lieblingsspiel. Und zwar spielen wir das sehr gerne und jedes Mal. Und jedes Mal und ich weiß immer, ich weiß immer, was du bist, weil ich in deinen Kopf da rein sehen kann, aber in den Malen, wo es nicht so war, wo ich ihn dann beschuldigt habe, war ich jetzt nämlich, weil man die Leute verwirrt. Das heißt, ich kann immer relativ gut, also ich weiß halt an seiner Spielweise, ob er zu lohnen ist oder nicht, deswegen überunterhalte ich mich mit ihm schon teilweise gar nicht mehr. Manchmal freue ich mich auch einfach nur, dann lächle ich es ja ganz leicht, dann freue ich mich einfach nur, dass wir mein Lieblingsspiel spielen und dass es halt gerade läuft und dass es irgendwo ein Weltraumkampf ist und so und Sarah verbindet das dann halt immer gleich, oho, er ist Zelone oder oho, er ist Mensch. Dabei kann ich mich auch manchmal nur über das Spiel freuen. Aber ich war bis jetzt zu 100% richtig, also das muss ja irgendwas sein. Das ist eine Lüge. Kann ich wahr. Ich meine, du hast dich dann auch gefreut, weil wir hatten mal das Thema, dass die anderen Leute, die fragen mich ja dann schon, weil die das schon wissen, dass ich das weiß, sie sagten dann so, Basti, denkst du, Basti ist ein Zulon? Ich so, nee, der ist kein Zulon. Das Problem war, er war ein Zulon, ich wusste, dass er ein Zulon war, aber ich war auch ein Zulon und das war die schnellste Runde Battlestar Galactica, die wir jemals hatten, weil wir sie so an die Wand geklatscht haben, weil sie sagten so, okay, wenn Sarah sagt, Basti ist kein Zulon, dann muss er ja kein Zulon sein. Das war halt einfach so, BAM! Und er wusste auch nicht, dass ich ein Zulon bin, aber ich wusste, dass er ein Zulon ist. Aber alleine das verleidet mir das Spiel halt immer schon so ein bisschen, weil ich immer schon weiß, okay, wir spielen jetzt mein Lieblingsspiel oder eins von meinen Lieblingsspielen und nach spätestens ein, zwei Runden wird wieder über den Tisch kommen, ich weiß, was Basti ist. Gar nicht wahr! Ich weiß, was Basti ist. Ich werde effektiv gefragt, Sarah, was denkst du denn, was Basti macht? Und ich so, hm, das war schon eine komische Aktion. Hm, oder manchmal, wenn es dann offensichtlich ist, sag ich so, ja, ich rede mit dem Zulon gar nicht mehr. Und dann kommt so, aber ich bin überhaupt... Ja, halt die Klappe Zulon, Toaster. Und das nervt ein bisschen manchmal. Weil wenn man nämlich auch trotzdem Mensch ist und vielleicht erst zur Mitte des Spiels zum Zulon wird, heißt das trotzdem, ich wusste, dass du zur Mitte des Spiels bestimmt Zulon wirst. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Sarah kann anscheinend immer einen Kopfkurs gucken, weiß immer, was ich bin. Wenn ich das weiß, kann ich doch nichts dafür. Und trotzdem liebe ich Battlestar Galactica. Ja, ist doch schön. Ich würde es halt vielleicht auch mal ohne Sarah spielen. Nein? Dann so, dann so am Wochenende, so quer über den Raum. Sarah, denkst du, was ist Zulon? Da ist er! Das ist besser. Was, die, wo ist eigentlich Sarah? Die fühlt sich nicht so gut. Und dann im Auto, die Kamera zum Auto hin, das Auto abgeschlossen, Sarah ist dann im Auto. Ich will auch spielen. So betont, ich bin dann guckt. Aber ich lasse das Fenster so einen Spalt auf. Und ab und zu werfe ich dir so einen Pommes rein. Toll. Du bist Zulone. Damit ich Battlestar mal spielen kann, ohne dass ich gleich in der Hand werde. Wie teuflisch, siehst du, dass er ohne, dass er gleich in der Hand fährt. Wie teuflisch er sich freut, wenn er Leute erhren kann. Und er freut sich einfach so teuflisch, wenn er Zulone ist. Weil er nicht so, oh, das Schiff ist gerade explodiert. Oh, wie tragisch. So, also, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich ihn kenne. Battlestar. Ich wollte es einfach nochmal sagen. Ja, Battlestar, Battlestar, Battlestar. Ja, dann sind wir durch. Dann haben wir auch gar nicht so viel mehr. Mein Puls ist auch schon auf 180, glaube ich. Das war doch lustig. Nur Zulone. Du dachtest doch ja über Steilung. Was dachtest du denn, was über Steilung ist? Ich hätte auch gedacht, dass du Battlestar sagst, weil ich da immer so gerne Balta spiele. Ja, aber das haben wir ihm auch schon abgewöhnt. Also, Sebastian wollte halt auch immer Balta spielen. Der hat dann halt auch noch drei Karten. Also drei, normalerweise sagt man nur zwei Karten, wo er halt Zulone dabei sein kann. Und der hat halt drei. Und, äh, ja, da muss man sich nicht wundern, dass man ihn halt auch noch verdächtigt, dass er halt meistens immer Zulone ist. Ich bin ein James-Kellis-Fan. Ich habe sogar ein Autogramm mit James-Kellis mir mal machen lassen. Nee, du hast ein Foto mit James-Kellis. Weiß ich ja, so ein Foto, ist da sein Autogramm auch drauf? Egal. Auf jeden Fall, ich spiele halt Balta gerne. Ich finde die Rolle cool. Ich finde den Schauspieler cool. Ich darf ihn nicht spielen. Ja. Ich hatte dir ja noch vorgeschlagen, Great Western Trail, weil sich da immer beschwert wurde, dass ich die Kuh-Strategie fahre. Ja, das ist ja normal. Das macht ja jeder. Ja, gar nicht vorall. Wir haben doch letztens gesehen, da hat einer gesagt, die Gebäude-Strategie ist OP und dann habe ich letztens einen gelesen, der gesagt hat, die Zug-Strategie ist OP. Ich finde immer die Sarah-Strategie ist OP. Weil das ist die, wo du ganz weit vorne auf der Siegpunktleiste bist. Und daran weiß man, dass das ein gutes Spiel ist. Wenn es von allen möglichen Sachen heißt, es ist OP, dann ist es ein gebalancedes Spiel. Aber ich denke, meine Liste war sehr stark und ich habe auf jeden Fall recht. Und bei Cryptid wusste ich in Runde 3 auf jeden Fall, wo das Viech ist, weil ich bin nämlich Genie. Ja, genau. Du bist ein Genie, ihr. Genauso wie das hat irgendwie nach 20 Runden so, oh, jetzt habe ich mir alle meine Marker gelegt, dann bin ich voraus. Tschüss. Uns würde auf jeden Fall interessieren, was eure Spiele sind, die ihr vielleicht mit eurem Partner nicht so gerne spielt, weil die dann zu Monstern werden. Oder mit der Spielegruppe. Kann ja auch allgemein sein, wenn ihr irgendwie eine Spielegruppe habt und dann immer schon denkt so, oh, jetzt ist diese eine Spiele und jetzt ist die gerade die Zusammensetzung, mit denen lasse ich das Spiel lieber irgendwie links liegen oder das Spiel ist wann anders, weil ich ganz genau weiß, dann kommt wieder das und dann ärgere ich mich immer wieder. Und ärgern und ärgern. Ja. Dann sind wir durch. Dann. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Auf jeden Fall eine lustige Liste. Jetzt wird es auf jeden Fall gleich gewirkt, wenn die Kamera aus ist und dann zählt vor uns. Wenn die nächsten Videos ohne mich sind, sucht mich. So sind Papa auf Stellern und noch. Ja. Mit so einem Zylonen-Visier, dass sich die Augen so vielleicht mit so einem kleinen Sprungfeder, dass der Kopf noch immer so hin und her wackelt, dass er so ein bisschen lebendig aussieht. Ja, das ist halt auch beim Jackboy spielen würdest. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schreibt Kommentare, Glocke, Liken und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020